Wir wissen, dass wir gerade in der Liga jetzt noch nicht das auf den Platz gebracht haben, was die meisten von uns erwarten. Das ist uns ganz klar. Aber ich finde, wir waren schon in den letzten Spielen auf einem ganz guten Weg dann. Und so ein Derby ist natürlich jetzt ein Riesenaufhänger für uns, auch eine Riesen-Riesenchance. Gerade weil die ersten Spiele verloren gegangen sind, wenn wir jetzt hinterherhängen, da jetzt eine richtig positive Stimmung reinzubringen. Es ist schon klar, dass Dortmund der Favorit ist in dem Spiel. Das ist ganz klar, sie spielen eine absolut überragende Saison, das muss man so sagen. Wir hinken noch ein bisschen hinterher, gerade wegen den ersten fünf verlorenen Spielen. Aber ich glaube, in den letzten Spielen sind wir besser zurückgefunden. Jetzt gerade auch gegen Hoffenheim haben wir gute Ansätze gezeigt. Gerade auch spielerisch war das mit einer unserer besten Spiele gerade in der zweiten Halbzeit. Und da müssen wir dann einfach jetzt im Derby dann auch anknüpfen.